Okay, Ball läuft wieder, auf geht's. Ja, gut, erster Kontakt, ja. Das wird ein bisschen enger. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir irgendwann... Genau. Sehr gut ausgelöst aus der Situation, Ball läuft. Erster Kontakt, gut, klasse. Und jetzt wieder den Ball zu. Ein Pass ein bisschen noch. Okay, wieder geholt, gut, pressig und spiel, zack. Und Ball läuft, lass den Ball laufen, genau. Und dann machen wir den Toni her. Sehr guter Pass. Gut gespielt. Und Toni, was ist mit? Ausfall. Okay, wir wechseln mal die schwarzen, die mal eine Balleroberung rein. Das war jetzt sehr gut, zum Thema Ball halten. Schwarz, mal bitte die Balleroberung. Okay, so, Ball läuft da, auf geht's. Ja, sehr guter Ball, Toni. Und immer wieder den ersten Kontakt sauber mit dem, möglichst mit dem Ball kamen Fuß. Ja, sehr gut. Und aus dem Spielen gleich über. Jawohl. Sehr gut. Und immer wieder den Ball laufen. Jawohl. Sehr gut. Und immer wieder den Ball laufen. Jawohl. So, ich bin da, wo du eben gestanden hast. So, Fabrice wurde jetzt hier hingemusst, um anstrichbar zu sein. Geh mal bitte in zwei Minuten rein. Ja, jetzt wärst du im Prinzip anstrichbar gewesen. Jetzt wohl verlagern können wir spielen. Gehen wir weiter. Okay, jetzt sollten wir die Situation gelösen. Ball läuft wieder hoch. Ball zur Fuß, achte da drauf, Rubin, äh, Rupert, ja. Jawohl. Und Ball läuft wieder. Zack, zack, da ist er schon. Da, spiel, 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 zack. Und spiel, wenn du einmal musst du euch zuspielen. Da, reichst du den Ball da oben rum und Ball läuft. Ball ruhe und spiel. Okay, jawohl, spiel miteinander. Gut, okay. Und rot, den Zentrum zum Ball erobern. Und auf jetzt. Und auf den richtigen. Und hier ist noch nichts falsch und Kopf spielen und Ball ist ein BD. Jawohl, und wieder hoch. Jawohl, okay, gut, komm mal wieder hoch. Zack, du gehst nicht irgendwelche Schüttel machen, gerade wie die Hufzeit spielen. Und Ball läuft. Gut, okay. Okay, blau wieder ins Zentrum zum Eroberen. Leuchttopf. Und bei Leuchttopf. Und wieder angeboten machen. Okay, hinste Ball, zack, Ball ist die Bewegung. Anderer Fuß, erster Kontakt. Rubin, achte da drauf, Ball haben wir den Fuß. Ah, okay, Wechselnieder, schwarzes Zentrum. Und jetzt wird Ball läuft. Jawohl, guter erster Kontakt. Ja, schneller helfen, Papriese nicht abspielen. Stehen bleiben oder noch schneller den Kitzspieler ein Angebot machen. Und Ball läuft. Gut gelöst, Robert. Und helfen. Zack, jawohl. Der Kopfguttee, immer wieder helfen. Auch klarer passen. Okay, nächstes Ball ist der, nächstes Ball schon zack, spielen. Erster Kontakt, falscher Fußguttee. Und gegenpressig. Und Ball läuft. Offene Stellung, Papriese. Schneller angeputzt der Zentrumspieler. Die dürfen nicht außerhalb angreifen. Ja, ich versuche mal ein Abschalten, nutzt ein Pass. Okay, Wechselnieder, holen wir mal rein. Jungs, mal ein bisschen mehr Ballruhe. Dickeln, fehlt mir gerade nicht, was ich sehe. Es ist zu hektisch alles. Erster Kontakt, oftmals schlecht. Jetzt weiter, hopp, spielt. Und Ball läuft. Erster Kontakt, falscher Fuß. Achtet darauf, richtigen Fuß zu nehmen. Und weniger Kontakt. Für die, hier, stimm mal bitte ordentlich die Fresse hier. Und nicht so eine Kürze. Ja? Und Ball läuft. Und Ball läuft. Jawohl. Und spielt. Und gut geht. Anderer Fuß, erster Kontakt, Ball verauf muss. Wenn ihr nicht den Ball nachfuss. Nee, Richard orientiert, vorher Ball läuft. Klar spielen. Und nächstes Ball. Und Ball läuft. Toch? Jawohl. Klarer spielen, Richard. Fuß festmachen. Falscher Fuß. Und spielt, 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 spielt. Jawohl. Falscher Fuß. Ja, und Ball laufen. Das kommt mit dem Angriff an. Jawohl, das spielt gleich. Nee, du darfst nicht anspielen. Ja, hef, 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 hef. Acht auf den richtigen Fuß. Und holen wir mal die Ball am Ruhm. Komm, komm. Okay, ganz kurze Stopp. Großen Applaus. Mach einen Gruß. Ich denke, das war auch ein starker Schritt. Bellen, ich denke, das war auch ein bisschen wie hier. Darby warst, dass wir schon mal hier haben. Vielen Dank.